Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Ja, gestern kam ich nicht mehr um, weil ich ein paar technische Probleme wieder hatte. Ich hatte letztes Mal etwas am Computer rumgebastelt und meine Grafikkarte in ein anderes PCI-Slot reingesetzt. Und das hat nicht so gut geklappt. Also, der PC war funktionell, aber nun ja. Kleiner Anfängerfehler, da ich nicht aufgepasst habe, dass über meinen zweiten PCI-Slot nur die Hälfte an Leistung rauskommt. Und dafür, gestern wollte ich ja auch streamen. Nur da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass die Leistung nicht mehr gut war. So, und was haben wir denn hier? Zweimal, zweimal Post. Was haben wir denn im Shop? Ähm, die tägliche Belohnung. Hier wird nichts gekauft. Ähm... ... ... ... So, soweit so gut, war das korrekt? 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 Power off Bluetooth-Mode Bluetooth-Knechted Zensibles Wucht, dann müssen wir das anders schreiben Eigentlich schreiben wir das anders Zensibles Wie? Welche sensible Wucht? Wie? Welche sensible Wuchtel? Wie? Welche sensible Wuchtel? Wir haben auch die Weltstufe erhöht von 45 auf 50. Die Weltstufe erhöht. 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 Okay. 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 Missed. 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 Das war's. 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 Das ist die Überlegung, das ist die Überlegung, das ist die Überlegung. Da! 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 Ah, Mist. Holy fuck, war ein sehr anstrengendes Teil hier. Ich musste mich hier wirklich anstrengen. Scheiße. Ich hab mich hier. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Ich bin einig, mit dem, von der sich die Aufmerksamkeit. Ich bin einig, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mein Haus. Okay, hier sieht es ja richtig komisch aus. Hier! 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 Hier gibt es wie immer zwei Schatztruhen. Ich habe schon eine gesehen. Ich muss jetzt nur rausfinden, wie ich dahin komme. Ich könnte nur zwei Schatztruhen. Dad! 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 Hm. Oh, my God. 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 Oh, my God.